Der Moderator und Schauspieler Dirk Bach ist tot, das sagte der Sprecher des Schlossparktheaters Berlin, Harald Lachnitz, der Nachrichtenagentur und bestätigte damit eine Meldung der Zeitung BZ. Im Laufe des Abends wollte das Theater weitere Informationen zum überraschenden Tod des 51-Jährigen mitteilen. Der Komiker, Schauspieler und Moderator Dirk Bach ist tot, der starb im Alter von 51 Jahren in Berlin. Bach sollte in wenigen Tagen im Schlossparktheater in der Hauptrolle von der Kleine König Dezember auf dem Hohen stehen. Bekannt war er vor allem auch durch seine Moderatorin oder der RTL-Sendung. Ich bin ein Star, ich bin aus und aus der ARD-Kindersendung Saison-Stress. Martin Dirk Bach ist im Alter von 51 Jahren in Berlin gestorben. In unzähligen Filmen, TV-Produktionen und Theaterstücken präsentierte sich Bach der Publikum vor allem in den kurzen Ava-Roll in Erstenhorn. Für seine Leistungen erhebt er zahlreiche Preise. Am kommenden Donnerstag sollte er in Berlin für eine Vorpremiere auf dem Hohen stehen. – Untertitelung des ZDF, 2020